UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG General Ritter von Greim, ich ermene Sie hiermit zum Oberbefehlshaber der Luftwaffe. Zugreich befördere ich Sie zum General-Weltmarschall. Eine große Verantwortung liegt nur auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkreppen. Es wurden viele Fehler gemacht, sind sie unerbittlich. Das Leben vergibt keine Schwäche. Die sogenannte Menschlichkeit, das ist ein geschwätzter Schweinepfiff. Mitleid ist eine Ursünde. Ich sage immer Mitleid zu haben mit den Schwachen. Es verrat gegen die Natur. Das Stärke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen stets jedes Mitgefühl versagt. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Die Affen zum Beispiel prampen jeden Außenseiter als Gemeinschaftsfremd-Tot. Was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für die Menschlichkeit. Himmler hat in Lübeck den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Bei den Grafen Bernadotte. Der englische Rundfunk berichtet das. Himmler! Unter all ausgerechten Himmler! Getreuste der Treu! Das ist der schlimmste Verrat von allen! Göring, ja. Er war korrupt. Immer schon. Speyer, ja. Ein weltfremder, unbereichenbarer Günstler. All die anderen, ja, 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 ja! Aber Himmler! Ja, ist der Welt wahnsinnig geworden. Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich werde krank! Ja, vielleicht schon dort! Bitte. Lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Retscherlein. Und holen Sie mir Ihre Fägelein! Herr Führer, wir wissen nicht, wo er sich im Moment aufhält. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant. Er muss zur Verfügung stellen. Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich will zur Fazit sein Bericht!